Musik Mein Name ist Ponyhoff und ich präsentiere euch heute Warlords of Draenor kommt um 0000 raus Also ab 12 Uhr nachts könnt ihr quasi anfangen zu spielen Die neueste Erweiterung in World of Warcraft Und Planet Key hat mir freundlicherweise einen Key zur Verfügung gestellt Damit ich heute ab 11 Uhr meinen Livestream starten kann Zu Warlords of Draenor mit einem frischen Level 90er Charakter Und das Geile ist, ihr könnt sogar mitmachen Weil die haben mir auch noch einen Key quasi gegeben Damit wir eine weitere Person mit hinzuziehen können Außerdem wird es während des Streams 10 Hearthstone Pack Codes geben Das heißt, wir haben heute auf meinem Channel Unten in der Description verlinkt Hitbox.tv Ponyhof Ein Livestream gesponsert bei Planet Key Für Warlords of Draenor Die neueste Erweiterung Ich bin schon sehr gespannt drauf Ich habe es lange nicht mehr gespielt Ich werde mir wahrscheinlich einen neuen Boomkin Druiden machen Kennt ihr ja, einfach alles weglasern Heftige Lasereule Und ja, ich denke es wird mega geil werden Ich hoffe ihr seid dabei die Nacht durch Ich meine, wir starten ab 0 und dann ist halt Open End Da machen wir das so lange, bis uns der Saft ausgeht Oder die Kraft Oder bis meine Freundin sagt Alter, hör sofort auf, du bist zu laut Alles Möglichkeiten, die hier auf dem Blatt stehen Aber ich habe eine Tür, die kann ich zumachen Das seht ihr Kann mich hier in meinem kleinen Raum einschließen Und deswegen freue ich mich schon sehr drauf Schaut es euch an, Leute Geht auf Hitbox.tv Subscribt hier auf YouTube von Planet Key Wir werden hier nochmal ein paar coolere, mehr Sachen demnächst rausbringen Es wird im Großen und Ganzen heftig werden Das solltet ihr nicht verpassen Also Peace, Love and Bear Hugs Euer Pony Wir sehen uns dann online, im Stream oder auf YouTube